Hi Leute, weiter geht's mit Let's Retro Pokémon, die blaue Edition. Wir waren beim letzten Mal hier beim Angeln und da geht's jetzt auch weiter. Denn wir wollen fleißig Carpadore angeln und müssten auch noch drei fangen, damit wir mit der geltenden Edition Pokémon tauschen können, die wir sonst nicht mehr kriegen würden. Denn ich möchte ja alle 151 Pokémon fangen. Und, gut, New haben wir leider versaut, aber das können wir uns trotzdem durch die gelbe Edition noch holen, die ich auch besitze. Also, werde ich halt auch tauschen. So, dann Tackle. Klein schnell erreicht Level 19, juhu! Dann können wir es jetzt tauschen gegen Habitag. Darf Habitag jetzt ein paar Carpadore angeln, äh, bekämpfen? Oder aufessen, wenn es Lust dazu hat. Ich weiß ja nicht, was Kleinstein zu essen. Vielleicht Stein? Keine Ahnung. Aber Habitag ist bestimmt ab und zu mal Carpadore. So, Heule und Silberblick mache ich natürlich auch, denn dann kommen wir sehr viel schneller an den Verzweifler ran. So, wir machen erstmal den Schnabel. Den machen wir zuerst leer. Und, weiter geht's. Wir haben die Route 6, auf der wir uns gerade befinden, fast geschafft. Also, hier fertig zu angeln. Und dann geht's zurück nach Azuria City. So, hier nochmal einen Heuler. Und einen Silberblick. Und einen Schnabel. Dann hier nochmal. Ein Carpadore. Ich hab ja auch die leise Hoffnung, denn die Angel, das Angeln kann ja angeblich auch schief gehen. Und ich hab die leise Hoffnung, dass vielleicht mit einem Prozent es trotzdem möglich ist, andere Pokémon zu angeln. Andere Wasser-Pokémon. Außer einem Carpodor Level 5. Vielleicht mal ein Sepa oder ein Goldini Level 5. Auch wenn, wenn's vielleicht nicht stimmt. Im PokéWiki steht das leider nicht. Im PokéWiki ist keine Statistik oder Aufstellung, mit welcher Wahrscheinlichkeit welche Pokémon geangelt werden. Das steht leider nicht da. Das ist richtig, richtig blöd. Und ich war der Meinung. Also, ich hab den Meister-Pokédex in Papierform, also als Heft, hab ich bei mir zu Hause, die für die ersten beiden Editionen, also Rot, Blau, Gelb, Gold und Silber, die ersten 250 Pokémon sind dort abgebildet. Und was mich interessiert, euch auch mal nachgesehen, in diesem Meister-Pokédex, der übrigens offiziell von Nintendo gedruckt wurde, steht drin, dass es unmöglich ist, Mew zu kriegen, es sei denn durch ein offizielles Nintendo-Turnier. Und da frage ich mich natürlich, ist das ein Bug, dass das Mew erscheint? Oder war das Absicht oder so? Oder war es damals noch nicht bekannt, dass es möglich ist, das zu tun? Also, das Mew zu kriegen. Und es gibt ja auch Cheats, mit denen man sich die Pokémon hercheaten kann, waren die vielleicht auch nicht bekannt. Aber naja. Und in dieses meiste Pokédex steht leider auch keine Statistik für die Angel drin. Und dann habe ich nachgesehen, ähm, oder, oh, ich wollte, ich habe ja auch noch das Lösungsbuch für die Gelbe Edition und das Lösungsbuch für die Rote und Blaue Edition. Ähm, das Lösungsbuch für die Rote und Blaue Edition, das hätte ich jetzt, müsste ich jetzt suchen. Das für die Gelbe Edition hat, habe ich gefunden, war aber zu faul darin, jetzt danach zu sehen. Vor allem, weil es dann doch griffig anders sein könnte in der Roten und Blauen Edition, also habe ich es einfach sein lassen. Aber naja. Vielleicht steht es ja irgendwo. Ich finde es schade, dass es im PokéWiki nicht drin steht. Mit welcher wahrscheinlich hat man nichts angelt, oder man etwas angelt, und wenn ja, was? Das würde mich interessieren. Aber naja. Ich glaube, ich werde zu faul sein, um das Heft zu holen. Ich glaube, ich weiß sogar, wo es liegt. Aber, ja, bin zu faul. Und im Endeffekt ändert es auch nichts. Wir machen das jetzt einfach. Und hoffen auf einen baldigen Stufenaufstieg von Habitac. Auf Stufe 9, Level 19. So, nochmal Heula. Dann einen silbernen Blick. Und dann darf es zuschnabeln. Vielleicht haben wir es geschafft. Das ist super. Wieder etwas angebissen. Also wie gesagt, ich glaube langsam, dass die Angel immer trifft. Also immer etwas angelt. Und dass die normalen Angeln wirklich nur Karpador angelt. Ich glaube nicht, dass die normalen Angeln fehlschlagen kann. Wir hätten sonst schon längst etwas, schon längst einmal nichts angeln müssen. Ich glaube nicht, dass die normalen Angeln sind. Ich glaube nicht, dass die normalen Angeln sind. Naja. So, hier jetzt nochmal Angeln. Das vorletzte Mal hier auf dieser Route. So, wir machen wieder unseren Heula. unseren Silberblick. Und besiegen das Karpador. Mist. Okay, wir besiegen es gleich. Jetzt. So, das letzte Mal angeln auf dieser Route. Einmal Heula. Dann einmal Silberblick. Und Schnabel. Keine Pokémon gekommen. Na gut. So. Hier auf dieser Route haben wir jetzt keine Gewässer mehr, an denen wir angeln könnten. Deswegen gehen wir jetzt auch zurück nach Azurias City. Denn von Azurias City aus können wir auf die Route 24 und Route 25. Und dort können wir wieder angeln. So. Jetzt müssen wir nur eben den Weg wieder nach oben gehen. Ah, ich mag die Musik. Von Azurias City. Ich finde sie so schön. So, wir gehen jetzt auch gleich mal in den Pokémon-Supermarkt. Der war hier rechts, glaube ich. Und kaufen wir uns ein paar Pokébälle. Ach, da sind sie eh schon. Kaufen wir uns mal 10. Ach, kaufen wir uns mal 20. So, 20 Pokébälle. Super, dann können wir jetzt weiter angeln. Und zwar hier, bei dem Gewässer da links. Da kommen wir nämlich überall hin. Oder was heißt überall? Wir kommen da halt hin. Und können da angeln. Von hier weg. Jetzt bin ich ja gespannt. Und auch hier kommen weiterhin die Karpadore. Ja. So, das versuchen wir wieder zu fangen. Ich mach die Pokébälle mal wieder nach oben. So, 3 müssen wir da noch fangen. Okay, wurde gefangen. Super. Jetzt sind es nur noch 2. Mal sehen, ob es gleich nur noch 1 wird. Aber alleine der Text Oh, der hat etwas angebissen. Heißt für mich eigentlich, dass es auch mal nichts anbeißen könnte. Ich finde das blöd, dass es trotzdem bisher immer etwas angebissen hat. Ja. Ich mach dich fertig. Bist du auf mein zu starkes Karpador? Oder die Wahrscheinlichkeit ist gegen uns. Aber wir kriegen noch unsere 2 Karpadore. Zum Beispiel jetzt. Hoffe ich. Denn ich möchte nicht noch mehr Pokébälle verschwenden. Ich würde sie gerne endlich mal fangen. Damit wir da unsere Ruhe haben. Ich glaube, wir verschwenden jetzt hier sehr viel Geld. Das ich eigentlich nicht möchte. Ich lasse es, glaube ich. Ich lasse es sein. Ich glaube, vielleicht pro Gewässer werde ich es einmal versuchen oder so. Ich glaube, das muss dann auch reichen. Ich meine, es sind jetzt... Allein, wenn wir noch mindestens 2 Gewässer haben, hätten wir die Karpadore auch. Also, egal. So, silber Blick. Und weg. Das nächste Karpador. Boah, ich glaube, wir haben dann... Wenn wir fertig sind mit anderen hier, haben wir bestimmt... Vielleicht 100 Karpador besiegt. Was schon irgendwie ein bisschen krass ist. Aber egal. Ein Vollteil für euch. Mal sehen, ob hier jetzt dann die Pokémon kommen im Gras. Oder wieder nur die Karpadore im Wasser. An der Angel. Langsam dürfte auch unser Silberblick ausgehen. Ja, der hat nur noch 15 Anwendungen. Und unser Schnabel noch 20. Ah, das heißt, der Silberblick geht uns vermutlich sogar vor unserem Schnabel aus. Und wieder etwas angebissen. Ich frage mich wirklich... Ich glaube langsam gar nicht mehr daran, dass man nichts angeln kann. Das haben sie bestimmt später irgendwann mal hinzugefügt. Und Edbeck Schleck hat das einfach nur durcheinander gebracht. Oder vielleicht kann man mit der Angeln immer etwas angeln. Weil es eben immer Karpadore sind. Und die Super- und die Profi-Angeln, die später dann eben nicht mehr. Dass da dann vielleicht die Pokémon... Dass man da vielleicht eventuell nichts angeln kann. Na ja. Jetzt angeln wir uns erst mal den Weg hier nach unten. Und dann gehen wir wieder Richtung Bills Haus. Denn da müssten wir, glaube ich, auch noch ein bisschen angeln können. Und dann gehen wir zurück nach Azurias City. So, nochmal einen Schnabel. So, also wenn wir jetzt noch 14... 14 Karpadore, glaube ich. Oder 13 haben. Dann ist der Silberblick alle. Also das wäre ungefähr dann, wenn wir unten sind. Glaube ich. Und kurz darauf ist der Schnabel alle. Und kurz darauf ist der Heuler alle. Und dann haben wir nur noch Furienschlag. Und danach nur noch Verzweifler. Und ich frage mich, ob Habitak davor, bevor das passiert, bevor es am Verzweifeln ist, einen Levelaufstieg hat. So, Karpadore. Wer von euch kann kein Karpadore mehr sehen? Tut mir echt leid, aber da müsst ihr jetzt einfach durch. Oder müsst ihr eben nicht. Ihr könnt die Folgen ja überspringen. Aber, naja. Ich habe Lust darauf. Ich möchte es machen. Und morgen mache ich das gleiche nochmal in der roten Edition. Wobei ich in der roten Edition mehr aufnehmen werde, als in der blauen Edition dieses Mal. Denn ich habe einfach zu viele Folgen von der blauen Edition und zu wenig Folgen von der roten Edition. Weil ich in der blauen Edition immer zuerst spiele, dann alles weiß. Und das in der roten Edition besser machen kann. Oder schneller. Und dann... Ja, dadurch spare ich mir halt Zeit und habe jetzt zwei Folgen weniger von der roten Edition als von der blauen. Und ich glaube, ich werde heute einfach mal nur zwei Stunden die blaue Edition aufnehmen. Und dafür dann morgen, wenn ich dann die rote Edition auf, werde ich dann dafür drei oder vier Stunden die rote Edition aufnehmen. Damit ich da mal ein bisschen mehr Folgen habe. Und dann wird es tatsächlich sein, dass ich in der roten Edition dann mal mehr erkundet habe als... Oder zuerst erkunde. Und nicht hier in der blauen zuerst erkunde. Und dann dreht sich das Spiel sozusagen. Das heißt, in der roten Edition werde ich dann langsamer, weil ich eben mehr erkunde. Oder alles erkunde. Und in der blauen Edition werde ich dann schneller. Also hier. Weil ich dann... Ja, schon sehr viel erkundet habe. In der roten Edition eben. Und das nicht nochmal erkunde. Zum Teil. Naja. So, Leute. Die Zeit ist wieder um. Wir sehen uns morgen wieder in der roten Edition oder übermorgen wieder hier in der blauen Edition. Ciao.